Musik Hier in der Plantage von Mittelamerika wachsen Chiquita-Bananen, die Sie so günstig und bequem im nahen Goethebladen einkaufen können. Das Ernten der Chiquita-Bananen passiert genau beim richtigen Reifegrad, und zwar sorgfältig und schonend. So ein Bananenbüschel ist bis zu 40 kg schwer, und schon schweben sie frei und sicher vor Beschädigung an dieser Seilbahn in die Packstation. Da werden die Bananen sorgfältig vom Stamm geschnitten und im Wasser gewaschen und gekühlt. Und immer wieder Qualitätskontrolle. Die Farbe, der Durchmesser, die Länge und die Temperatur müssen bei einer Chiquita genau stimmen. In der Schweiz übernehmen die speziell klimatisierten Frischproduktlastzüge von Coop die schnelle Verteilung in die 1'400 Goethebläden. Auch bei uns im neuesten Coop-Supercenter im Bremgarten haben wir natürlich ein reichhaltiges Angebot an Früchte und Gemüse für Sie parat. Ein Tipp an alle Einwohner im Gebiet von Bremgarten im Kanton Aargau. Morgen am 12.00 Uhr ist die Eröffnung von unserem neuen Coop-Supercenter. Hier finden Sie alles unter einem Dach. Eine echte Coop-Leistung. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 100 Gramm gefriertröckneten Kaffee Mocha Gold im Nachfüllbeutel mit Koffein statt 4.90 nur 4.30 und ohne Koffein statt 5.40 nur 4.80. 400 Gramm Goldstahl Rahm Glacé Vanille Erdbeer statt 2.60 nur 2.10. Eine Schachtel Bär Camembert nur 1.40. Und nur morgen über morgen und am Samstag ein Jumbo-Pack an 4.8 kg Teddy-Mat statt 13.50 nur 11.50. Und 4 Liter Teddy-Dus statt 5.00 nur 4.00. Als aktuellen Preisschlager der Gelenkkopfrasierer Gilette Contour für nur 4.50 und 5 Doppelklingen Gilette Contour für nur 2.70. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.